Ein Film aus dem Jahre 2003 schon ein bisschen älter, von und mit, nein, nicht von und mit, nicht aber mit, ein Arschbumser. Kommen wir heute mal zu einem Film, der schon etwas älter ist, aber der es ganz schön in sich hat und damit geht es heute um Out of Time, sein Gegner ist die Zeit. Ja, Out of Time, sein Gegner ist die Zeit, ist aus dem Jahre 2003, das heißt, er ist schon ein bisschen älter, aber das macht ja nichts, es gibt auch genug alte, gute Filme oder ältere in dem Fall und da spielt einer mit, der jetzt wirklich drauf. Der macht einen guten Film, macht den anderen, es gibt nur ganz wenige, die nicht so toll sind von ihm und das ist Denzel Washington. Und Denzel Washington, wie gesagt, ist ein Garant dafür, dass seine Filme zu 80% wirklich on the top sind. Sein Gegner ist die Zeit, ist ein Cop-Thriller und wie ich auf den Film wieder mal gestoßen bin, denn ich habe den ja vor 10 Jahren circa gekauft und habe mir da einen einmal angesehen und der blieb mir gut in Erinnerung. Aber vor kurzem lief er im österreichischen Free-TV, wenn ich mal so sagen darf und da lief der Film aber schon eine halbe Stunde und da habe ich mir gedacht, nee, den Film, den muss ich jetzt in meinen Blu-Ray-Player einlegen. Und dann habe ich mir ihn angeschaut und ich war perplex, ich war wieder so fasziniert. Ich glaube, wie beim ersten Mal und muss sagen, ein absolut grenzgenialer Top-Thriller. Ja, es ist ein Thriller mit Denzel Washington, ich finde, am besten kann er wirklich Thriller machen. Er hat auch einige so dramamäßige Stoffe, aber im Thriller-Bereich, da finde ich, passt er am besten rein. Denzel Washington, wie gesagt, ist mit dabei und auch Eva Mendes ist mit dabei. Die kennt man zum Beispiel auch aus Training Day. In Training Day, da spielte auch Denzel Washington mit. Eine Lauflänge von knapp über 90 Minuten, so 93 Minuten, das kann sich auch sehen lassen. Ich habe mir gedacht, als ich den Film vor ein paar Tagen angesehen habe, ja, so zwei Stunden muss ich schon rechnen, typischer Denzel Washington Film. Ja, aber nein, denn sei nicht so, mit circa 93 oder 92 Minuten Laufzeit ist er kurz, knapp, prägnant. Und ich würde sogar wetten, würde der Film 120 Minuten geben, hätte diesen Film es wirklich geschadet. Denn er ist so, wie er ist, mit seinen 92 Minuten kompakt, zusammengewürfelt, spannend von Anfang bis zum Schluss und hat vor allem in der Geschichte Twists, Wendungen drinnen, die man so, wie soll ich es all sagen, mit denen man einfach nicht rechnet. Unvorhersehbar, viele Wendungen, kurz und knapp, top gespielt. Ich habe da eigentlich dabei gar nichts auszusetzen. Die Kamera ist typisch für den Thriller-Bereich, hat vielleicht so zwei, drei Szenen, wo man wirklich sagt, okay, das ist nicht in jedem Thriller so, aber wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Und auch ein bisschen so einen leichten Witzfaktor dabei. Ein paar Gags, ein paar Schmähs sind dabei und das lockert den Film ein bisschen auf. Aber was ich so faszinierend finde, er hängt zwischendurch nicht. Er ist von Anfang bis zum Schluss spannend, man weiß nicht, was passiert und so soll ein Thriller sein. Und er ist auch nicht irgendwie über-drüber-spannend, dass man sagen könnte, oh mein Gott, der Film ist so abartig spannend, das halte ich dem Dings nicht aus. Es ist ein Cop-Thriller. Und wie ein guter Cop-Thriller sein muss, da gibt es ein paar Beispiele. Und ich würde auch, wenn ich ein paar Garanten dafür nennen müsste für Cop-Thriller, dann würde ich Out of Time eigentlich erwähnen. Weil er ist eigentlich so, wie man sich einen Cop-Thriller sich vorstellt. Das habe ich ja gerade vorher erwähnt. Ich habe nichts wirklich dazu auszusetzen aus diesem Film. Wirklich nicht. Aber ich kann ihm keine 10 Punkte geben. Es ist nicht einer meiner absoluten Top-Favorites. Aber ich gebe ihm wirklich eine sehr, sehr gute Bewertung. Und somit war es das eigentlich schon von mir aus, von Out of Time. Und somit bekommt von mir dieser Film in seinem Genre als Thriller, als grenzgenialer Cop-Thriller. Spannend, kurzweilig, top gespielt, gnadenlose, herzensgute und mit lieben gebende von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten. Und diese Wertung gibt es auch insgesamt. Grenzgeniale 8,5 von 10 möglichen Punkten für Out of Time. Ja, das war es von mir in dem Sinn. Wenn ihr diesen Film gesehen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Was ist eigentlich euer Favorite von Denzel Washington? Wenn ich mir jetzt den persönlich aussuchen könnte, was ist mein absoluter Film von ihm? Ich könnte es nicht sagen. Ich habe zum Beispiel noch nicht alle Filme von ihm gesehen. Wie Teufel im Blau oder Trading Day habe ich selbst auch noch nie gesehen. Aber vielleicht hole ich das eines Tages mal nach. Ich finde zum Beispiel Der Knochenjäger oder Die Knochenjäger. Na, Der Knochenjäger heißt der Film. Tall American Gangster finde ich einfach großartig. Flight ist ein Meisterwerk meiner Meinung nach und ein paar andere auch noch. Abonniert diesen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba. Stück von ihm und da ist die... Jetzt kommt ein Knappi. Knappi, kommt ein Einer. Knappi. Nach dem anderen... Na. Du, 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 du... Knappi, kommt ein Einer. D milligram quello, du, 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 du.